Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Lehrer, es gibt keine dummen Fragen! Schüler, werden Krebse von krebserregenden Stoffen erregt? Lehrer? Okay, wow! Ich bin Chemiker, ich muss deinen BH-Wert messen! Hat mir eine geklatscht, war wohl sauer. Keine Sorge, Herr Polizist! Ich bin Koch, das ist nur ein Küchenmesser! Und das da? Ein Küchengewehr? Meine Freundin meinte, ich solle im Bett zum Tier werden. Habe mein Revier markiert, sie ist voll angepisst. Du hörst auch nur das, was du hören willst. Ein Bierchen? Ich bin dabei! Arst, ich stecke nun mein Zeigefinger in ihren After. Das müsste eine Reaktion hervorrufen. Nein, ich merke nichts. Nicht bei Ihnen. Warum hat der liebe Gott den Scheibenpilz erfunden? Damit auch Frauen mal merken, wie es ist, mit einer nervenden Fotze zu leben. Ein Bier bitte! Alkoholfrei? Nein, Laktosefrei. Das macht doch gar keinen Sinn. Da sind wir uns ja einig. Er nannte sie Schätzchen. Sie nannte ihn Schatz. Er streichelte ihr Kätzchen. Und sie ist ein Spatz. In der Badewanne mit dem 5-jährigen Sohn. Warum ist deiner viel länger und dicker als meiner? Keine Ahnung, Papa! Germany's Next Topmodel fängt wieder an. Oder wie ich es nenne, Game of Bones. Im Supermarkt hat gerade tatsächlich eine Mutter bis 3 gezählt. Wenn ihr euch gefragt habt, was passiert ist, es gab Süßigkeitenverbot. Haben sie Kinder? Ja, ich hab drei Kinder. Trinken sie? Ja, ich hab drei Kinder. Wenn man Vegetarier mit Wurstwasser bespritzt und fahre raus, Salat-Dämon, ruft, kreischen die gottlose Dinge. Du bist ein Model? Nein! Wusste ich's doch. Alter, bist du bescheuert? Mein Körper beim Sport. Du, ich suche aber nichts Festes. Dann werden dir meine Oberschenkel gefallen. Als nächstes präsentieren dann Angela, Horst und Martin ihre Gruppenarbeit. Sorry, wir haben nichts. Können wir nächste Stunde vorstellen? Geht die 3-Sekunden-Regel eigentlich auch bei Babys? Ich putsch hier. Putzfrau mit Sprachfehler reißt versehentlich Macht an sich. Mama, kennst du das Lied Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer? Sohn, kennst du das Kinderheim unten an der Kreuzung? Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.